Na ja, Klima, ganz am Arsch der Welt bis oben. Ja, Klima, ganz am Arsch der Welt. Hier ist er! Hier ist er! Jetzt sind wir in der Ferne. Hier ist er! Blin, du hast ihn verletzt! Buonem, buonem, zucca! Oh, p***! Wow! Pas de salgato! Ah! Hätte er mal's Maul gehalten. Ah! Selbe Mission! Was? Selbe Mission! Was? Hoffentlich ein U-Sack, man! Ich brauche noch zwei Tog-Tags! Ja! Oh! Was mache ich denn überhaupt? Ich droppe das Gesicht, ich auch. Okay? Oh! Oh! Was ist platziert, das ist egal. Ich meine, es ist schon geil, dass wir nicht draufgehen, aber es wäre, glaube ich, auch Wurst gewesen, oder? Aber da muss man noch entkommen. Das weiß ich nicht. Ist ja auch egal, wir sind entkommen. Kori, herzlichen Gruß. Sein gegrüßt, Matze, du voll am reinschwitzen. Ja, ich bin ein Schwitzer. Oh ja. Dann rollen wir, zäumen wir das Pferd von hinten auf. Man kann sich auch noch nicht mal im Gebüsch verstecken. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Das war's. Ich habe bloß letztens bei den Freundeslisten mal geguckt und dachte, das ist ja ein neuer Menüpunkt. Danke fürs Öffnen, mein Bester. Oh, na jetzt muss ich ja mal direkt rauskommen. Okay. 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 Nice. ich muss klippen na gut habe ich jetzt wenigstens mal drei kills die daily danke mitsche durch die tele auch fertig gemacht jetzt läuft es wieder ist wieder mit mir also so werden die sich auch gefühlt haben als ob jemand die bude eintritt ja man man und jetzt muss auch sein was wenn es die blöd die blöden dinger markieren kann ich immer noch aber das teil da oben ich habe den schlüssel nicht dafür ich bin ja froh gewesen dass das aufgeschlossen hat ob ich die sportsfreunde luden soll oder doch eher links liegen lassen ich hab's mir komm alter leck mich doch am arsch mir reicht es für heute echt ohne witz reicht wo war er denn bitteschön ich krieg andauernd eins durch den lkw die krasse und ja 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 ja